Morgen werden Millionen Russen an der Grenze stehen. Es sind immer Millionen irgendwo an der Grenze gestanden. Also Millionen Russen sind dann nie an der Grenze gestanden. Es sind Russen kummernd mit Millionen. Die ÖVP Wien möchte den Bürgern helfen, Energie zu sparen, nachdem die Gebühren und auch der Energiepreis in Wien immer steigt, ist es notwendig, im eigenen Verbrauch Maßnahmen zu setzen. 100 Jahre technisches Museum und zur Feier des Jahres gibt es ab 13. März 100 Tage lang die Ausstellung Quergeblickt oder 100 Stunden Open Museum ab 17. Juni.